einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight ich will nicht schon wieder diejenige sein die als erstes drauf geht haut mir ab geh mir weg die aufgabe auch mal fertig ist als ist ein chucky ich bin hier mikaela ich könne dich dann gleich holen ich hole sie jetzt einfach wenn ich dann gleich liege abendlich diese doofe aufgabe habe ich ja und weg die hat doch wird er irgendwo in sein Ja, genau. Oh, da hinten. So. Also, Aufgabe fertig. Keine Zeichen der Verzerrung mehr. Hinten ist er. You're fucking ernst? Mann, 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 Mann. Oh Gott, so. Hau ja ab, mein Freund. So, wieder zurück an mein Gen. So. Dann liegt's wohl. Oh Gott. Schönen wir mal, was hier drin ist? Mein Medica, die sind ja fast alle. Oh mein Gott, zwar. Oh yeah. Aha. So. Hat er meine Aura gesehen? Hallo. Vorbegeben wir einen Schill mit dir. Ja. Ja. We better run. Aber hey, ich habe doch schon einiges Geschäften darunter, ich bin doch ganz stolz auf mich. Das ist wie Michaela. Ich meine ja nur, ich hänge auch noch. Danke schön, Sable. Ich kann mich selber heilen, was er auch macht. Leute, Leute! Ich gönne dir. Das meine ich. Aua, aber du hast gequitscht. Ich geh mir davon. Wenn die jetzt gejagt wird, kann ich Sable holen. Wollen wir die Punke einheimsen? Ich geh da, du? Ich geh da, du? Ich geh da, du? Wollte unbedingt einen Tipp der einen Falsch machen. Ahhhhh! So, So, erledigt. Fand ich jetzt besser, als hätten wir das andersrum gemacht. So. So. Der war schon gemacht, ne? Nöööö. Wieder gefährdet. Nein! Diesmal nicht! Arsch! Blödes! Die Ferdungsstufe ist raus! Geh weg! Daneben! Erschwinde! Los, zieh den Jen durch! Erschwinde! Sehr schön! Nein! Ui-ui-ui-ui-ui! Ui-ui-ui-ui-ui-ui-ui! Nö, ich bin auch gelandet. Nö, das haben wir noch dabei. Ich bin zu nah. Nein! Das war's. Ja, hab dich. Okay, ist in Ordnung. Wir hätten es auch fast gehabt. Ah, ist nicht so schlimm. Ich habe die Aufgabe fertig, ich habe Generatoren geschafft, ich habe gerettet. Ich bin die Letzte diesmal, die stirbt. Aber das ist okay. Ich hätte gleich rausrennen sollen oder ans andere Tor rennen sollen. Oh, da wusste ich nicht, wo das ist. Und ich bin einer Jagd im Kopf. Aber für mich eine gelungene Runde. Ich habe einen Pippermock gemacht. Sehr schön. Eine neue Stufe. Und Zweitbester. Gut, die ist rausgekommen. Deswegen. Aber ansonsten. GG. Oh. Gab's Lock. Sorry. So ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen rasslichen Tag. Und freue mich auf die nächste Runde von Dead by Daylight. So weit. Bis dahin. Ciao. Ciao.